Bei mir haben wir uns ja nochmal ein 2. Ja. Null ab. Gehe zu Peach Schlossen Welt 1 und mit Starman zum Bonus für mehr freizuschalten. Sollen wir das eigentlich mal machen? Dann sehen wir nämlich auch die Secret Exits. Können wir mal gucken ob... Ich lauf schon wieder, obwohl wir eigentlich nicht laufen müssen. Laufen ist gesund. Jaja, aber die Wies-Steuerung. So, gehen wir mal gucken. Wir können Filme anschauen. Jo. Ich mag Filme. Ich mag Filme. Ich mag Filme. Springen gegen den Block um Bonusfilme zu sehen. So, Welt 2. Welt 2 1, Sternmünze. Das war das Superspiel glaube ich. Verstecktes Tier, das haben wir gerade... War das das? Aber wir können jetzt die Sachen kaufen oder wie ist das? Ja. Ich hoffe das ist jetzt nicht... Welt 2 4... Oh doch, ich glaube das ist die, die wir gerade schon hatten. Ne, das ist das mit dem Sandsturm glaube ich. Ja guck. Mit dem Sand... Ja, habe ich doch gesagt, dass da ein Verstecktes gibt. Ach, das ist doch die Röhre da oben. Ja, habe ich doch gesagt, aber du glaubst mir ja nicht. Ja, also auf jeden Fall... Sollen wir das holen? Ja, schon. Wir müssen aber wieder in Sand bleiben. Ich habe jetzt schon Angst. Sandsturm for the win. Nicht rumheulen, einfach spielen. Heul nicht, spielen. So, also wissen wir jetzt Bescheid? Ja. Achso. Der Ausgang ist links. Ja, links ist da, wo das andere rechts ist. Oder so. So, also Welt wählen. Gib mich Weltwahl. Ja, das wird übrigens noch eine Weile dauern. Ich weiß gar nicht, wie lange oder wie viele Folgen willst du eigentlich mitspielen? Komplett? Keine Ahnung. Ich denke mal, wir sind ja relativ flexibel, oder? Ja, ich finde ich auch. Nicht, dass ich bei jeder Folge dabei sein muss, aber äh, du musst zurück. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ich finde das nur so geil, wie der da drüber hüpft. Hier war es, ne? Ja. Das war das Sandsturm-Level mit dem versteckten Ziel, wo wir grad voll abgefilmt haben. Ja. Unser Lieblings-Level. Wir brauchen unbedingt Flugmützen gleich. Also dürfen wir nicht verdatteln. Alter, du verdattelst gleich wieder das ab, was du vorhin gekriegt hast. Echt, du bist... Weltmeisterlich ist das. Ah, fuck. Hat er, du Fiek-Schnitzel. Ja. Bin ich einfach durchgerutscht? Achso, was haben wir es gemacht? Hau dir das Ding gegen den Schädel! Oder so. Gegen meinen Schädel. Ha! Ja! 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 So, wir müssen ja im Prinzip nur... Oh, das war aber ganz lucky. Weil die vor sich rumtanzen. Manchmal teilst du den Zeitpunkt falsch. Ja, weil die irgendwie zum Wind voll abdancen. Genau. Ne, nicht zum Wind, die tanzen allgemein voll ab. Ja. Weil sonst ist das ja auch zu einfach. Guck mal, hier oben geht's ja Flugmaß. Oh Mann, ey. Ja. Das kann ich so nur aufsammeln, sonst ist es weg, bis du kommst. Ja. Mann. Ah ja, mit der Zunge kann ich die nicht wecken, aber... Ja, aber... Genau. Das ist Mario. Vergiss Logik. Ja, genau. Vergiss Logik. Das ist Mario. Jetzt kommt noch Wind. Ich mein, wir haben schon die Schwerkraft mit nem einfachen Propeller aus der Kraft... Was ist das? Ah, fuck. Ich bleib jetzt hier, bis der Wind kommt. Guter Plan. Kommt, Geist. Kommt, Geist. Jetzt. Weise Entscheidung. So, also wir müssen jetzt da hinten hoch. Guck mal, hier gibt's neue Items schon weg. Ah, fuck. Alter. Wie viele Abs willst du noch verspielen? Alle. Du hast nicht so viele neue Anfänge, ne? Du musst da hoch und dann von dort aus springen. Wir müssen so oder so da hoch. Ja, schon da. Nein! Mann, oh! Ah ja. Ihr könnt euch dann in den Kommentaren die Meinung bilden, wer von uns beide Versager ist. Ich denk... Das steht außer Frage, nur weil ich bin auch scheiße. Ich glaub da, ja. Da hat irgendwo... Du bist jetzt grad dran vorbeigraust. Scheiße. Da hat hoch. Jetzt musst du warten. Du hast keinen Ab mehr, ne? Ich muss Münzen sammeln. Naja, kein Stress. Ich muss den Wind ausnutzen. Ja, du musst da oben starten. Ja, links. Ne. Ja. Und wenn der Wind kommt... Dann rennen wir. Und wenn er kommt... Dann rennen wir... Von da oben, oder? Von links oben? Ich würde sagen, von da reicht. Aber ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, weil wegen der Höhe, weißt du? Weil wegen der Höhe und so. Ja, dann probier aus. So reicht's auf jeden Fall nicht. Okay. Dann warte mal, bis der Wind kommt. Wir hatten ne Typen im Video das gemacht. Ne, auf dem links daneben. Das hab ich da gesagt. Hör auf Indy daneben. Hauptsache das Ding läuft auf der Stelle. An der Wand. Ja, wie gesagt. Schwerkraft haben wir ja keine hier. Für was? Das Mario? Schwerkraft ist aus der Anführer. Fast. Jetzt. Gekonnt der Wandspruch. Gekonnt. Ja, wegen dem Wind halt. So, pass auf. Jetzt haben wir noch viele Münzen. Damit du gleich wieder live hast. Jetzt haben wir echt ein Problem. Ne, du kriegst ja... Ich krieg ja gleich wieder 5. Leben. Aber das ist halt auch so ein Versager. Kenntnis. Meinst du, du kriegst wirklich wieder 5 Leben? Jo. Ja, in der Nacht können wir dann im Counter schön sehen, wie oft du 5 mal gescheitert bist. Ja, aber man muss halt sagen, du fängst halt auch mit 20 Leben an, du. Ja, ich hab die aber auch gesammelt. In Welt 1. Ja klar, das hatte ich halt nicht die Chance. Ganz egal. Dieser Pussywelt. Jetzt haben wir nämlich hier die Röhre. Und die ist nämlich da hinten. Direkt beim Schloss. Aber da gehen wir noch nicht hin, oder? Können wir ja gar nicht. Doch, ich glaub, können wir. Ja, die anderen Sachen sind ja keine Levels, oder? Guck, extra Anläufe 2. I'm a back. I'm a back. Ja, was machen wir jetzt? Waren wir hier schon? Ne, doch. Da fehlen die Münzen. Aber da fehlen die Münzen, aber wir waren da schon. Ja, super. Oh je, das war das Level. Brauchen die Münzen. Keine Ahnung wo sie sind, aber wir brauchen sie. Ja, das war jetzt auch wieder sinnvoll verlieren. Du versaust mir auch jede Chance irgendwie was zu reißen im Spiel. Ja, irgendwie schon. Ich hab ja gar keine Gelegenheit irgendwie was, weil irgendwie das macht. Wenn ihr findet, dass der Daniel unfair spielt, dann... Ach was? Was halte ich für Gerücht? Ja! Wow, Grazo! Ja, der war Asius, geb ich zu. Yoshi! Ich bin in den grünen Versager. Ja! Ich schlecke! Ich glaub halt doch, dass da oben in den Wolken irgendwas ist. Über den Wolken... Oh, scheiße. ...muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Oh, 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 oh. Ja, hier oben ist was. Das sag ich doch. Jetzt drück halt mal den komischen Klapp. Ein Ab. Wie jetzt ein Ab. Im Nirgendwo. Hab ich. Hier oben ist ein Ab im Nirgendwo. Aber nirgends ist da Coin. Wir haben im ganzen Level keine Coin gefunden. Das ist doch ein Witz. Ach du Mist, du Drille, Alter, ey. Boah! Leck mich doch am Arsch. Leck mich am Hocker. Aber so lang ist das Level auch gar nicht. Wir haben hier irgendwie gar nicht so viele Möglichkeiten, noch einen Starcoin zu finden. Soll ich den da jetzt wieder befreien, den Trottel? Oh, fuck. Schreibt's in die Kommentare. Oh, Mann. Guck, da hast du eine Chance mal was zu reißen und du versaust es trotzdem. Ja, weil ich... Weil... Ja, du hast es versaut. Gibst du? Ja... Jetzt... Du hast den Scheiß. Du Trottel! Oh Mann, was soll denn das? Und jetzt sah mir da wieder die Extras ein. Ah. Ich finde das echt ein bisschen... Alter jetzt. Da oben gibt's keine. Nein, warum hat er mich jetzt ge... Oh, das gibt's doch nicht, ey. Versuch es nie, mir heimzuzahlen. Ich zahl's mir schon selbst, heim. Ja. Ich will den gelben. Ich spiel halt nicht auf unfair. Das ist der Unterschied. Ja. Ach, verdammt. Jetzt hab ich dir sogar geholfen. Guck, da ist ein Starcoin, ich seh's. Dort in der Wolke drin. Guck mal genau. Ach, ja lol. Verdammt, du hast recht. Warte, ich hol mir mal den Typ. Ich hab immer recht. Hol dir den Typ. Schnabulier ihn weg. Ja, wie soll ich ihn wegschnabulieren? Hingehen und ihn wegschnabulieren. Sollten wir nicht so schwer sein. Nein. Yoshi, nein. Yoshi, nein. Kein Sand fressen. Yoshi, nein. Ich hab ihn. Ja, dann hast du ihn nicht da können? Ja. Ist die Erste. Ja, wo sind die anderen? Da kommt bestimmt nachher nochmal so'n Typ mit der Wolke. Das war doch so, oder? Ja. Kamen ganz viele. Ist aber ein geiles Versteck. Oh, verdammt. Ja, guck das ja wieder. Nicht die schlechteste Idee. Nein. Ah, nein. Yoshi. Ist voll ins Loch gefallen. Nein. Aufsache alle rennen ihrem Yoshi nach. Auch wenn's ihr eigenes Leben kostet, ey. Genau. Das ist so'n typisch Mario, ey. Dieses Yoshi Motiv ist immer dabei. Ich hab da vorhin drüber sinniert, oder? Hast du? Dass Mario immer dasselbe ist, ganz ehrlich. Ja, ist es auch. Es wird immer Contest and Peach entführt. Ja, und das find ich manchmal manchmal ein bisschen lächerlich. Also, ich find's auch ein bisschen unfair, dass das hier immer so von wie, äh, Spielekritikern, wenn man in den Himmel hoch gelobt wird. Obwohl's nur Mario ist. Ja. Obwohl's immer nur immer das gleiche auf neuer Art und Weise ist. Und bei anderen Spielen, die auch gut funktionieren und die auch immer dasselbe sind. Verdammt. Das hol' ich mir jetzt diesmal. Hab' ich. Hier ist was bestimmt. Hier sieht verdächtig aus. Ja. Der sieht nicht so aus. Warte. Weg schnabuliert. Auf meine Kosten. Guck mal, ob da noch irgendwas ist. Guck mal, ob da noch irgendwas ist. Ja, da ist ne Wolke, guck mal. Ja, schon ist da ne Wolke, aber... Wolke ist nicht gleich Wolke. Okay. Guck mal, da ist zum Beispiel nix. Ja, ich bin ja gestorben, ne? Wurde ich zu kurz. Guck mal, da unter dem Ding ist vielleicht noch was, wenn du da die Dinger auf die Blöcke an... Anfixen. Du steh und... Ah, hast du schon. Hier ist... Hol's dir. Ja, ja, ja. Alter, du bist super. Du packst hier Pilze? Am Spieß. Pelze? Oh, ich hör wieder auf beiden Ohren. Das war Plopp und ich auf beiden Ohren. Ja, genau. Ja, ja, beide Ohren. Alter, was für'n... Bin ich jetzt eigentlich nur laut genug, oder nicht? Ja, bist du. Was für'n Sound-Erlebnis, ey. Auf beiden Ohren. Dolby Digital. Ne, Stereo erstmal, das ist ja der erste Schritt. Ja, stimmt. Auch wieder. Was? Da kommt irgendwann ein Fünf-Kanal. Ja, du musst hier irgendwie drüber. Ja. Oh, fuck. Bin schon wieder am rumspucken hier. Oh, jetzt hab ich kurz... Hör ich nicht? Ah, ich hör immer noch. Ich hör auf beiden Ohren. Jetzt springst du zuerst drüber. Das ist so neu. Das ist kein ordentliches Gefühl. Hier kommst du aber bestimmt irgendwo raus. I only hear you, when I'm dreaming. Alter, nerv' mich nicht. Alter, die Fika haben wohl zu wenig gefressen. Ich kann so ein bisschen hangeln. Auf mich? Da ist ein Joshi. Meins. Nutz es auch. Nutze die Macht. Nutz es. Ist genutzt. Geh weiter. Jetzt haben wir den vom Hals. Ja, dann friss mal. Nicht mich. Ah, Mann. Jetzt werf mich nicht wieder auf die Trottel, ey. Nee, was soll ich? Ja, die Typen da essen. Sonst komm ich nicht vorbei. Ah, Mann. Oh, grad so ausgeht. Wehe, du verhausch jetzt deinen Joshi. So wie ich es vermutet hab. Ach, du Maul. Hier muss irgendwo doch noch was sein. Das gibt's nicht. Hier oben vielleicht? Spring mal hier hoch. Ich spring auf dich drauf. Oder du auch nicht. Aber ne, da hab ich nur ne normale Münze gefunden. Okay, das kann irgendwie... Oh, Mann ey. Kollege. Ah, das macht zu Spaß. Ah, nein! Warum springst du denn? Ja, weil ich dachte, ich muss da schnell rausspringen. Weil ich in den Fall gerate. Das bringt nichts. Ich hab noch kurze Zeit Schutz. Da! Münzen. Ich hab Münzen geschissen. Warte. Ja, hier. Wir sind doch schon wieder am Ende. Das ist schon wieder das Ende. Komm mal mit, das gibt's doch nicht. Die End. Habt ihr das in Minecraft eigentlich mal angespielt? Die End im Let's Play? Nee, not really. Noch gar nicht eigentlich. Aber hier muss doch irgendwo noch ne Starfriend sein. Das ist doch utopisch. Außerdem kommt da ne Röhre aus dem Boden. Ja, jetzt schieß halt mit dem Yoshi die... Nimm die Schluck die Dinger und werf sie auf. Die sind fressende Ding. Vielleicht muss man den killen und dann gibt's uns da keinen. Das ist jetzt meine Theorie. Die ich grade entwickel. Ja, so funktioniert. Hol dir den Yoshi, Mann! Ja, wie denn? Ja, es hat ja gut geklappt. Ja, ich muss ja nur... Auf zu tanzen! Oh! Super, jetzt ist die Zeit schon wieder bald aus. Alter, Kollege. Mir wär's ja nun mal... Ah, hab ich mich... Ah, ich kann mich selbst befreien. Ja, ach, sei bloß. Ja, das wusste ich ja nicht. Woher denn auch? Ja, das funktioniert jetzt aber nicht. Ich warte da rein.